Oliver Pocher, wenn ich jemanden kennenlerne, offene Liebesbeichte. Nach der Trennung von Amira Pocher sprach Oliver Pocher nun über das Kennenlernen von anderen Frauen. Oliver Pocher, schaut er nach der Trennung jetzt nach vorne? Seit Anfang September ist Oliver Pocher, 45, offiziell wieder Single, nachdem er und noch ihr Frau Amira Pocher, 31, wochenlang um ihre Ehe gekämpft hatten, gaben sie in ihrem Podcast schließlich ihre Trennung bekannt. Seither ist viel passiert, die Moderatorin soll beispielsweise bereits bei dem Comedian ausgezogen sein. Und obwohl Oli seiner noch ihr Frau zum Geburtstag noch herzzerreißende Worte im Netz gewidmet hatte, ist es für ihn offenbar auch Zeit, nach vorne zu schauen. Gegenüber ProSieben verrät er beim Promi-Rutsch-Battle in Hamburg am 12. Oktober einige Details. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann heirate ich. So wurde Oliver Pocher beispielsweise gefragt, ob es für ihn beim Kennenlernen einer neuen Frau ein Ausschlusskriterium wäre, wenn diese viele Macken hätte, das ist doch ganz normal. Das macht eine Beziehung erst lebenswert. Mir ist das egal. Es kommt auch auf den Charakter an, gab der 45-Jährige zu verstehen. Was passieren würde, wenn er nun tatsächlich bereits eine Frau kennenlernen würde? Auf diese Frage antwortet der Pocher gewohnt ironisch. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann heirate ich immer sofort und den Rest lasse ich durchlaufen. Scheint, als wolle sich der 45-Jährige bei diesem Thema nicht in die Karten schauen lassen. Fakt ist aber, dass Oliver Pocher offenbar versucht, mit seiner weiteren gescheiterten Ehe abzuschließen. Laut RTL fiel nämlich auf, dass der Comedian bei dem Event keinen Ehering mehr trug. Oliver Pocher übt Kritik an Joko Winterscheidt. Dachte der wirklich, der hat den Friedensnobelpreis gewonnen? Eine völlig falsche Entscheidung, wie Oliver Pocher, 45, findet. Der Komiker wettet in der Pochers-Podcast mit seiner noch-Ehefrau Amira Pocher, 31, gegen Joko Winterscheidt. Ehrlicherweise, ich hätte sie da auftreten lassen. Es gibt doch nichts Interessanteres, als mit einer darüber zu reden. Wie sie dazu kommt, wieso sie meint, dass das so ist und dann argumentativ, sich da auszutauschen. Die macht sonst einen normalen Eindruck und die haben sie eingeladen. Es war ja vorher auch egal, dass sie Free Palestina schon einmal bei ihr auf dem Kanal hatte. Und auf einmal ist es ein Thema. Also entweder ist man dann konsequent und sagt, mit der will man gar nichts zu tun haben oder aber lade sie ein und rede mit ihr darüber. Im Gegensatz zu Joko und Klaas hätte sich Olli gerne mit Nura über die politische Lage ausgetauscht, anstatt einen heimlichen Rückzieher zu machen. Ich habe ja Joko auf dem Fernsehpreis erlebt. Also der muss eigentlich Außenminister werden, spottet der Comedian im Talk mit Amira über den TV-Star, der bei der Preisverleihung für seine Amazon-Prime-Doku The World's Most Dangerous Show ausgezeichnet worden ist. Das Format widmet sich den Gefahren des Klimawandels. Ein Thema, das Joko offenbar sehr im Herzen liegt. Da dachte der wirklich, der hat den Friedensnobelpreis in Empfang genommen, lautet Olivers Eindruck. Punkt Als Joko bei seiner Dankesrede dann auch noch der iranischen Frauenrechtsaktivistin Asam Young Ravi das Wort überlässt, wird es Olli zu bunt. Also man hat einfach versucht, alles nochmal abzuräumen.